Ja, nice. Ich heiße Ulrike Jokil, also ich esse unheimlich gern Schokolade. Ich stehe sogar manchmal nachts auf und hole mir welche. Aber sie muss unbedingt leicht schmecken, das ist ganz wichtig. Und deswegen esse ich am liebsten die Joghurette. Ja, die Joghurette, die schmeckt so himmlisch Joghurt leicht. Joghurt leicht. Das war's. Das war's.